So, Halli Hallöchen! Willkommen wieder bei einer Aufnahme von Half-Life! Äh, nach dem letzten prompten Abschluss, äh, wegen ein paar kleinen Problemchen bei der Aufnahme geht es weiter mit zerstörenden Kisten. Mh, Minen! Oder so Bewegungsfelder, Minen oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht genau. Und Gesundheit. Noch mal eine Mine. Boah, geht das ab hier. So, wir brauchen unbedingt mal wieder mehr Munition für alles. Aber jetzt schauen wir erstmal wo jetzt hier sind. Wir sind ja, wir haben dieses Riesenviech besiegt da, was mich immer noch ganz schön geführt hat. Ach du Scheiße! Was bist du denn? Kollege. Warum stört dich das nicht? Oh fuck! Oh fuck! Lauf, 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 lauf! Hahaha! Scheiße! Das war der Falschweg. Bam! Nimm das! Ha! Das macht ja was aus, hä? Ja, Kollege. Okay, wenn wir hier drin sind, sind wir sicher. Tüdüdüdüdududridududu. Peopopopopopopopopopopopop. Und den Typen da dring kennen wir doch! Hi! Äh, wie geht's? Jetzt braucht man hier aber Reaktion Heilige Was war das? Ähm, ich kriege hier gerade ganz schön Angst, das ist mir ein bisschen viel hier Was geht denn hier ab? Hier haben wir Feuer Ha, bist nicht mehr zum Schießen gekommen, täh täh Wow What the hell Okay Gehen wir hier kurz hoch Nehmen nicht den Revolver, sondern das schön Hier, machen wir alles kaputt Kollege, wie geht's? Also wenn du für Energie sorgst, dann bringt uns der Zug direkt bis zur Oberfläche Ich würde es ja selbst versuchen, aber es ist verdammt weit bis runter zum Generatorraum Und da sind, ähm, diese Dinger sind da unten Okay, man, ich kann's ausprobieren Erstmal ein bisschen aufladen hier und dann solltest du auch dann irgendwann weitergehen Äh, fast voll, ja, 82 ist gut, Trackpower, ja Okay Okay Was war das? Oh, 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 ich ahne nichts Gutes Ah, runtergefallen Okay Oko, mal ein bisschen Munition für was anderes Mann im letzten Moment noch gesehen, aber da habe ich dann die Waffe getauscht Boah, da habe ich damit auch ein paar getötet, ey Nice Gut, dann gehen wir weiter Ah, Kollege, wo kommst du denn her? Ah, zu spät geschossen Und die Framerate droppt gerade rein Ja Erstmal ein bisschen aufladen Power Generator, da wollen bzw. müssen wir hin Das hört sich alles gar nicht gut an Das war mal Gefällt Das sieht nicht so gut aus Ja, wie gesagt Da will ich auch nicht unbedingt runter Gut, sagen wir mal Ich mache hier mal einen Speicherpunkt Das dürfte wohl sicherer sein So schlau wie ich bin Hilfe Aber danke für die Munition Stürb Mann Muss man immer erst die harten Sachen rausholen Nein, nein Stürb Hier, lass dich hier Fuck Müssen die einen immer so erschrecken Boah, ich bin schon wieder fast tot Das gibt's doch ja auch nicht Jetzt war's das mit dir Schnauze So, Munition über Munition Das ist auch sehr gut Du tust uns eh nix mehr Ist auch sehr gut Kisten zerstören Mensch, das ist aber auch eine gute Aufgabe Wobei Man kriegt aber auch immer noch viel raus Also, manchmal So, das ist heute ein Gegner Muss man ja auch erstmal hüten Bevor man sich an was anderes macht So, hier laden wir erstmal nach Und dann gehen wir wieder auf den Revolver Und tauschen wieder um Es hört sich immer noch böse an, was da oben ist Deswegen speichern wir Fuck you ey Ja Soviel dazu Und ich glaube, ich hab sogar da vorne Einen Punkt verpasst, an dem ich mich hätte heilen können Richtig Ja Den hatte ich ja vorhin gesehen Den wollte ich auch benutzen Aber dann bin ich ja Runtergefallen Gut Dann speichern wir jetzt Dann speichern wir nochmal so Nein, ich muss nachladen Achso, ja, apropos Kaputs geht Nachladen Die Tür ist zwar nicht zu, aber gut Da kann ja immer noch was kommen, ne Ah Boah Ja Ja Ey Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt mal ernsthaft So wird das gemacht Warum bin ich eben gerade eigentlich nicht unten reingegangen? Warum mit der Waffe ist es schlauer hier durchzugehen? Das war dumm Das war dumm Aber gut Okay, hier kommen wir hier raus Schön, haben wir den Weg schon mal Gut gesichert Hier haben wir alles gut machen So, hier haben wir volle Energie Beziehungsweise Munition Munition Hier haben wir nichts besonderes Hm, das ist die falsche Was, Alter, jetzt Bleib doch mal Also ich fühle mich hier langsam echt verarscht Mann So, jetzt nochmal das Ganze Ja Okay Boah Kotzt mich das gerade an Bin ich wirklich so schlecht? Will hier jetzt jemand vorbeikommen? Wollte er, ja Das war auch genau der Typ Gut Gut Dann haben wir das Ganze jetzt noch einmal gesichert Haben uns nicht selbst umgebracht Das ist auch schon mal was schönes So, dann machen wir hier nochmal wieder alles kaputt Wir kennen Wir wissen ja eigentlich schon fast Was drin ist So Jetzt haben wir die beiden ausgerüstet